Ach, was ist das heute für ein schöner, verregneter Sonnentag? Hi Walli, ich dachte, ich stelle mich mal unter, weil draußen so ein schöner Sonnentag ist mit richtig schönem Sommerfeeling. Ja, ne? Also Sommerfeeling kannst du wirklich laut sagen heute, in der heutigen Zeit. Was machst du denn Schönes? Wollte dich mal so überraschen, was machst du Schönes? Ja, ich habe jetzt keine Sachen anzutieren, weil ich habe hier eine Aktion, eine Sonderaktion, sagen wir mal mehr SSV, Sommerschussverkauf, das ist jetzt hier auf der Ohlala-Moden. Der nächste Sommer kommt bestimmt in Kürze, jetzt soll ja auch wieder besser werden, habe ich gehört. Ja. Es soll auch wärmer werden, ja, also der Sommer soll wirklich nochmal Durchbruch herkriegen, auch hier in Köln. Und dann darf ich mir natürlich noch mal was ganz gut ist, indem ich sage, okay, da setzen wir einfach mal ein paar Sachen runter. Genau, und das da vergessen wir einfach. Und das gucken wir jetzt gar nicht oben hin. Hier scheint die Sonne bei Ohlala. Also ich habe ein ganz tolles, oder ein sehr schickes Seitenkleid mit Flügelhermchen, finde ich ganz süß, in Größe für 42. Und jetzt ist das radikal reduziert von 59 Euro auf nur, sage und schreibe, 20 Euro. Also für 20 Euro bekommt ihr dieses super Kleid. Und das muss man haben, denn ihr habt sogar mal unbrauch. Ja, das gleiche gibt es nochmal, ich weiß nicht, was ich gehe einfach mal rein. Wie? Ja. Das hier ist auch Nummer 1. Wie ihr seht? Nur mein Nicht-Bedruck hat auch die Flügelhermchen, schönen Ausschnitt, wie ihr hier vorne seht. Das ist auch nochmal von 59 Euro, ist dieses Seitenkleid. Und hier habe ich eine tolle Seitenbluse mit einem passenden Top dazu. Ja. Von 69 Euro. Kann man das sehen? Ja, das kann man sehen. Dann habe ich es hier. Ist ihr dabei? Ja, alles gut. Also von 69 Euro, dieser Zweiteiler reduziert auf 39 Euro. Also Hammerpreis. Ja. Ja, und wenn ihr noch einen schicken Rock dazu haben wollt, den könnt ihr auch haben von 39 Euro auf 20 Euro. Dann hast du alle Kleider auf 20 Euro. Die Kleider sind so, ja, außer Abendkleider. Ja, klar, ich rede von Kleidern, nicht von Cocktailkleidern. Ja, wird's gehen. Ich bin schön lang. Also Sommerkleider sind alle auf 20 Euro. Mhm. Und die Cocktailkleider, so ist klar. Nee. Das ist leider nicht. Auf zehnmal. Nun, dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier ein sportliches Tunika. Das ist jetzt auch von 39 Euro auf 24,50 Euro reduziert. Also sieht halt super schick aus, wenn ihr es auch auf die Schiene zieht. Ja. So, schick. Vorne so. Sportlich. Ja, pass auf hier, ich bin ja nur empfehltig, ne? Nicht? Nur. Und jetzt hier noch die Muzza-Hose, diese Jeans. Sag und schreibe, von 59 Euro. Ja. Das ist diese super Stretch-Jeans, die einen perfekten Setz hat, die alle Hammerhose. Ist die reduziert auf 20 Euro. Wow. Das ist ja schon, ne? Abgeschenkt. Ja, es war für die kühleren Tagen, darf ich tue auch mal. Ich habe einen Pulli mal dabei, der ist ein Schrank süß. Mhm. Ein ganz tolles Herzchen, richtig schön angenehm zu tragen. Große S-Bis-M. Von 39 auf 29. Und wie man sieht, die Hose sieht echt super schick aus. Und wie viel ist die Hose? Die Hose ist von 59 auf 20 Euro runter. Hammerpreis wieder. Und ich glaube, wenn es jetzt mal richtig cool ist, diese schicke Wendejacke, den könnt ihr mal so rumtragen. Mhm. Oder auch so. Dann zieht man die einfach mal so drüber. Ja. Denn die Wendejacke ist auch von 79 auf 49 Euro runter. Und schaut mal her, sieht echt gut aus. Mhm. Ja, wenn man das so sieht, sieht einfach klasse aus. Ja, und dasselbe habe ich hier mal ein bisschen was zusammengestellt für euch. Habe ich jetzt auch nochmal dieser schicke Pullover mit dem Power-Schnitt von 39 Euro auf 29 Euro. Also da sind auch ein bisschen Pailletten und Nieten sind da drinne. Mhm. Dann auch diese Outdoor-Jacke einfach mal so drüber schmeißen mit für kühlere Tage. Diese Outdoor-Jacke ist auch von 49 Euro auf 39 Euro. Hinten etwas kürzer, vorne also niedrig nach vorne. Und dann natürlich auch wieder eine tolle Hose. Von der Metienne. Viele kennen ja die Metienne. Die sind super. Ja, und die ist jetzt auch runter von 39 auf 20 Euro. Also die habe ich jetzt auch an. Ja, ich trage die auch immer in schwarz. Die ist super. Ja, die ist eine super Hose. Führe dich an wie eine Leggings, ist aber keine. Genau, man kann auch mal ein bisschen mehr essen, weil die Hose ist ja gut zog. Also optimal. Auf jeden Fall. Ja, Zerstückelung dabei, oh la la. Juhu. Gratis dazu. Hier habe ich auch noch eine leichte Steppjacke. Also ich finde die ganz toll. Die macht sich auch sehr gut angezogen. Richtig schön leicht und angenehm. Die ist auch von 69 Euro. Hau. 49 Euro. Die passt auch wieder sehr schön auf dunkle Hosen. Ja, nice. Ja, sieht hier echt klasse aus. Finde ich. Ja, und die Hose, das ist sowieso ein Hammerpreis. 19 Euro. Die war auch mal 49 Euro. Auf 19 Euro runtergepft. Also wenn die jetzt nicht reinkommen, dann weiß ich auch nicht. Dann weiß ich auch nicht. Also dann sind sie alle vom Rhein weggeschwemmt. Nee, alle ausgezogen. Na. So, jetzt hier haben wir noch ein toller Pudi. Die ist auch wieder von 39 Euro. Ja. Auf 29 Euro runter. Mit den Sternen. Sieht schön aus. Na, ich finde den auch ein toll. Dann eine passende schicke Lederjacke kann man dann noch da drauf tragen. Ist die echt Leder? Nein, aber das ist ein ganz tolles Imitat. Das sieht in einer echten Lederjacke. Die ist wirklich nice. Ja, die bin ich auch gefragt worden. Ist das eine echte, ist das keine Echte? Ich sage, nee, das ist eine ganz hochwertige Imitatjacke. Die ist von 129 auf 69. Ist die jetzt reduziert? Also ab so runter. Und wenn die jetzt da sind, dann muss ich auch so runterziehen. Das sieht gut aus. Sieht echt super aus, ne? Ja. Ja, also finde ich ganz toll. Auf jeden Fall. So, und dann machen wir mal ein bisschen was sportliches, was leichteres. Wir haben ja auch schon warmtage und kugeltage. Aber hier diese sportliche Jacke. Die ist auch von 59 auf 39. Sieht auch ganz peppig aussieht, ist die Taschen mit Reißverschlüssen. Also ist richtig schön aufwendig gearbeitet. Auch hier nochmal an den Seiten. Also ich finde, das ist eine Hammerjacke. Da kann man ruhig mal runterziehen. Einfach mal so einen schönen Winterpulli. Äh, Quatsch. Schönen Winterpulli, klar doch. Ich habe einen frischen Sommerpulli. Also ich fand die Farben so toll. Von gelb auf bis blau runter. Also so richtig super schön gearbeitet. Und hier kannst du dann auch einfach sagen, okay, zieh das Ankel runter. Klar. Und dann eine hellblaue Jeans runter. Bist du optimal angezogen. Und der Pulli kommt 29 Euro. Ja, oder eine gelbe Jeans gibt es ja auch. Ja, eine gelbe Jeans kann man auch runterziehen. Dann würden wir es gerne machen. Hier habe ich auch nochmal einen Pulli auf 9, 20 Euro. Na, einfach mal so drüber schmeißen. Richtig schön leicht, locker. Die Aachen sind auch sehr schön gearbeitet. Also ein absoluter Hammer. Und das kann man eben auch gut mit dieser Jacke hier verbinden. Und die Jacke ist auch reduziert. Also die war auch so an die 98 und jetzt geht es runter auf 70. Das G ist aber auch viel. Ja, also das ist eine ganz hochwertige Qualität. Eine ganz hochwertige Markenware ist das. Also absoluter Hammer ist das. Also wie gesagt, mit Jacken sind wir ganz gut hier ausgeräumt drauf, denke ich mal. So wieder in die Tasche Mäntel, leichte Mäntel. Also ich denke, einfach mal reingucken. Das zeigt sich nicht alles. Aber wir können das ja mal so im Umsehen. Gut, jetzt kommen wir mal zu dir. Also das wäre auch ein bisschen viel. Wie viele Teile hast du? Also ich habe heute Morgen mal durchgezählt. Das waren so alle 500 Teile hin. Ja, dann, ne? Also Mädels. Also ohne Schmuck und ohne Taschen. Die kommen nicht auch verdraut. So die Schuhe und alles. Tücher, Cafés, Gummelsdorf, so dann noch. Ja, dann habe ich hier von Nostalya auch ein sehr schönes Kleid. Richtig schön beträumt. Das sagt sich schon Nostalya. Das ist von 39 Euro. Von 19,90. Ja. Das sieht auch ganz voll aus. Das hat eine schöne Länge. Also absolut Hammer. Auf jeden Fall. Schick. Oder einfach mal ein Sportliches. Das habt ihr auch auf 19,90. Von 29 Euro. Das sind jetzt so Einzelteile auf 19,90. Der Rest ist dann wieder 20 Euro. Darauf fällt mir eins ein. Du bist am Strand, schön mit Palmen und so, hast einen Badeanzug, willst auch irgendwo schnell was essen gehen, im Bissbude oder so, kannst du drüber schmeißen, gut ist. Schmeiß ich drüber. Oder ich gehe mal so zum Bäcker und zack drüber. Genau. Oder wenn man abends mal raus geht, du gehst gerne abends in der Disco, dann bist du mit diesem Kleid, siehst du toll aus. Oder in Urlaub, ne? Ja, oder in Urlaub, Disco, weil es ist so schön verspielt, das Kleid. Also ich finde das absolut der Hammer, das ist von 59 Euro, ist das runter auf 20 Euro. Schwingt das mit beim Tanzen, ja, ne? Ein bisschen, ja, denke ich schon. Ja, doch, 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 doch. Also es geht auf 20 Euro, ne, von 59 Euro, das ist Hammerpreis. Also ich sage es immer wieder, optimal. Oder dieses etwas kürzere Kleid, das ist auch von 49 Euro auf 20 Euro. Ich finde das sehr schön, mit diesem Blumenmuster hier unten, mit der Hose, ein bisschen visualmäßig. Also das ist unheimlich toll gearbeitet, wie mit dem Reißverschluss. Ja. Also für 20 Euro habt ihr dieses super Kleid. Oder wenn du den Schimm auf Spitze machst du es etwas eleganter, ein bisschen mit diesem Kleid. Klar. Ja, das ist gut dabei, das ist von 69 Euro auf 20 Euro, runter, hinten auch nochmal, mit dem Reißverschluss. Ist auch einfach mal, wenn du so mittags mal rausgehst, zum Kaffee oder so, bist du der absolute Denkrocker, glaub mir das. Hier habe ich auch noch eins von Bartik, ein bisschen rauslaufend. Ja, dieses Kleid, das geht jetzt auch reduziert, von 59 Euro, mit einem Dreiviertelarm auf 20 Euro. Man hat auch hier vorne noch zwei Taschen, aber das ist schön sportlich gearbeitet. Du kannst es als Kleid tragen, du kannst es als Tunika mit den Leggings tragen. Also mit dem Kleid ist es immer so normal. Ja. Gerade Taschen brauchst du immer. Ja, das wird auch wieder etwas nostalgischer, mit diesem Kleid. Was auch praktisch ist hier, ich habe jetzt die Sachen Koffer, ne? So, weil man, es ist gut halt, dass es in den Koffer rein, wenn im Urlaub ist, muss man bügeln. Also, du tust die Sachen in den Koffer, dann tust du die Sachen raus. Soll ich, dass sie wirklich einen Teil mal dazwischen haben, kann immer mal passieren. Klar, sicher. Ja, ja, aber ich meine es von den Kleidern her. Also von den Kleidern brauchst du nicht so gut, ne? Also ich kann es sogar nicht rausholen, weil es nimmt sehr viel mit Fiskose. Fiskose fällt sowieso raus, durchs Mal im Badezimmer, beim Duschen und dann durch die Feuchtigkeit vom Badezimmer fällt das automatisch. Weil sind wir doch mal alle ehrlich, welche Frau bügelt gerne im Urlaub? Ja, gar keine. Soll man das immer so machen. Der ganz einfachste Trick ist, du hängst das da an der Seite, wo du duschen tust, ja, im Badezimmer. Dann ist das ja sowieso vom Duschen, ist ja das Badezimmer sowieso dann feuchter, ne? Und durch die Feuchtigkeit hält sich das dann auf. Klingt jetzt die Kleid ja nicht klamm, ne, ne? Nee, gar nicht. Okay. Das merkt sie nicht. Also hier habe ich auch nochmal ein ganz tolles Kleid. Wie ihr seht, ist auch leicht, das ist Viskose-Bindenbaumwolle mit Modal. Modal ist eine sehr hautfreundliche Paserung. Ja. Also die Rucke sind auch sehr gut gearbeitet, also wirklich toll sieht das aus. Wie ein bisschen was ausgefallen ist. Dieses Kleid ist von 49 auf 20 Euro. Wildkeit darf sowieso in keinem Jahrzeichen fehlen. Also Wildkeit ist immer, das geht und geht nicht aus der Mode. Sieht immer so schick aus, du bist immer damit toll angezogen. Also es ist immer etwas, was super schön ist. Ja. Ja. Also Wildkeit ist auch, die von 59 Euro auf 20 Euro. Geht mir auch für den Meistbeschluss. Also in dem Rücken mit dem Rauschnitt, wie ihr seht. Ja, schick. Ja. Und vorne ist es so gearbeitet. Ja, ich mag Wettel. Ja, das ist für 20 Euro. Und das selbe auch nochmal in braun, aber die er etwas getidert hat. Ich habe jetzt einen Tigerlook. Ein Tigerlook, auch vom gleichen Preis her auf 20 Euro. Also hinten auch wieder, vor dem Rücken, vorne im Laden. Also du hast den ganzen Laden reduziert. Also ich habe, wie man sieht, habe ich den ganzen Laden reduziert. Oh, das ist toll. Das kommt 10 Euro. Rein in Flammen. Von 29. Ja, das kann man gut da anziehen, so rein in Flammen. Guck doch mal. Ja, schön farbenfroh und auch im Sommer. Also es ist jetzt auch von 29 auf 10 Euro runter. Das ist aber größer wie 34. Jetzt fällt sehr klein aus, muss ich dazu sagen. Oder wer es mal ganz schlecht mag, das Büro ist dann auch ein sehr schönes Kleid. Ja, schön. Ich schaue es mich so an. Für 69 Euro ist auch eine ganz gute Hochwertige Markenwaren. Das ist klar. Also für 69 Euro, 20 Euro. Hat ja auch an der Seite Taschen. Das muss man angezogen sehen. Das geht so klein, dass du eine schöne Kette drauf kannst. Schuhe, alles. Genau. Und da habe ich, wie gesagt, du hier auch safe her. Ein Einblick, aber ich zeige euch das nicht mehr. Ich habe jetzt so einfach mal ein paar rausgeholt. Klar. Genau. Das wäre auch Wahnsinn, euch jetzt 500 Teile jetzt. Ja. Also ich mache jetzt alles so ein bisschen, euch andeutend zu zeigen, dass wir auch schöne Sachen hier haben. Das sind immer schöne Sachen hier. Dieses Tunika wird auch reduziert von 39 auf 24,50. Also ich finde die Farben sehr schön. Man kann es als kurz oder als langer am Tragen. Gibt es auch noch mal in verschiedenen Farben. Na, auch gibt es auch mal diese Blau. Ja. Ist auch sehr schön. Na, aber man kann es sehr gut. Also auch in diesen beiden Farbtönen nochmal. Mhm. Ja, sieht auch super gut auf Jeans aus. Ja, auf 19,50. Ja, und hier haben wir ein optimales Tunika. Also auch ein ganz tolles Tunika. Also von 59,50 rund auf 39. Ist unterlegt. Nur was ganz Fabiniertes. Auch Seide. So geht es um ein Einzelstück. Mehr in Italien auch wieder. Wie die meisten Teile hier. Ja, und dann nehmen wir mich mal weiter. Ich mache hier ein T-Shirt. Ja. Ja, hier haben wir auch wieder ein T-Shirt von 39. Unter 15 geht das jetzt. Mhm. Und die sieht auch schick aus. Und den Farben ist schön gut gearbeitet. Oder du magst ein Herzchen. Oh, ein Herzchen. Ja, kannst auf weiße Hose. Sieht immer schick aus. Das kommt 20 Euro. Ja, 20. Also, ja. Cool. Ja, 20. Unter dieses hier kommt 15. Bindewändchen. Kannst auch ein Tunika tragen. Nicht so schnell bewegen, sonst haben sie sich alle mit den Kreisen auf. Okay. Für die Schulzern, die müssen sie umkippen. Genau. Also dieses hier ist auch von 29 auf 15. Das sind alles Magma und Zero. Ja, das ist toll. Safari ist auch ganz toll. Safari muss jeder haben. Das kommt ja auch von 29 auf 15. Das ist auch zu schien, so wie zu weiße Hose, wie man sieht. Mhm. Na, das sieht immer top aus. Oder wer es auch noch ein bisschen anders mag. Das ist auch von 39 auf 20. Rosen. Sieht auch optimal schick aus. Rosen ist so immer so ein bisschen der Klassiker-Blum, oder? Die Hose, die ist immer rein. Oder mal ganz schlicht und einfach auf 15. Sieht gut aus mit dem Bändchen. Mhm. Das ist ein bisschen überspielter. Du hast ein bisschen aufgelockert. Dann passt auch mal auf die Lingerhose. Oder für den 10er, kommt auch dieses hier. Okay. Also wie ihr seht, sind auch jede Menge T-Shirt drin. Ich glaube, euch warten. Das war der Fallpreis. Ja, das war der knappe Fallpreis von 10 Euro. Wow. Auf die Mark. Und das ist auch mit den Tuniken. Habe ich hier auch. Ich muss mal die Hose, die sieht man das besser. Die geht jetzt auch. Also, dieses Tunika ist von 34,50 auf 19, geht aber jetzt runter auf 15. Also von 34,50 auf 15 Euro, kommt ja dieses tolle Tunika. Kommt mal vorbei, Leute. Das ist auch mit der Schinshausen. Blau. Dieses hier ist von 39 auf 29, diese Tunika. Mhm. Also, auch gut auf schwarze Schins oder blaue Schins. Das ist gut. Dieses hier ist von 39 auf 40. Was ist denn heute los? 24,50. Auch schon wieder so ein Knallerpreis. Ein Knallaufallpreis. Ja. Optimal. Nur bei Rolala. Das wird zu euch, Leute. Das Dachenbäuen zu euch. Ich will mit, ich will zu euch. So, noch einmal. Das ist toll. Auf 24,50. Das sieht auch super schön aus. Auf jeden Fall. Damit der Frau drauf auch hier noch mal das abgestuft. Oder wer gerne Long Tuniken mag, der ist auch hiermit gut dabei. Von 39. Hier das jetzt gut auf 19. Also, ich habe 20 Euro eingespart. Das ist schon optimal. Oder ein Big Shot. Ein Big Tunika. Das ist auch schön streckt im Ganzen. Das gibt es Größe 60. Das kommt jetzt 15 Euro. Das ist auch von 39 auf 15. Also, wie ihr seht, habt ihr optimale Hammerpreise. Hier auch wieder sehr viel Ausfall. Ja. Bei der Mode. Bei der Mode. Ja, hier haben wir noch ein paar Abendkleider. Die sind auch von 169 und 198 auf 90 Euro. Wenn die jetzt runtergesetzt. Mhm. Dieser Overall ist jetzt auch von 98 auf 39. Auch ein absoluter Hammerpreis, finde ich. Klar. Ja, dann haben wir auch hier sind jede Menge Röcke mit Tops. Da zeige ich euch auch was raus. Mhm. Hier haben wir zum Beispiel ein Rock von 39 Euro auf 20 Euro. Da könnt ihr auch einmal für 10 Euro dieses Top Top tragen. Oder für 15 Euro diese schöne Blose. Ja, super. Ja, das sieht auch immer sehr gut aus. Dasselbe. Gibt es auch mit einem. Rock. Ja, einem Satinrock. Dieser Satinrock ist auch reduziert von 59 Euro auf 20 Euro. Dazu passend ein schönes T-Shirt. Auch wieder von 24,50 Euro auf 15 Euro. Das passt auch super gut drauf. Ja, das macht sich schon ganz gut. Mhm. Dasselbe noch ein Rock von 39 Euro auf 20 Euro geht der runter. Mhm. Und dann ein für auch 15 Euro. Nochmal so ein Top da drüber mit so einem Bindebänzchen. Sieht auch immer sehr schick aus. Das hat was, ja? Ja, das hat wirklich was. Also ist auch schön leicht. Mhm. Also ist auch mit Modell. Also hat das wirklich tolle Ware. Auch hier diese Bluse von 29 auf 19. Ja. Und der Rock, der ist auch ein schicker Dienstrock, den man auch sehr gut tragen kann. Das ist von 49 auf 20. Also die sind Hammerpreise. Ich habe hier die ganze Zeit was im Blick. Dann habe ich hier von Harley Davidson. Harley Davidson. Habe ich auch ein ganz tolles Top. Der ist von 49,49 Euro geht das jetzt runter auf 20 Euro. Aha. Und da könnt ihr auch ganz gut tragen, auch auf dieser Jeansrock, der ist von 59 auf 20 Euro. Könnte sieht das nicht optimal schick aus. Mhm. Also das ist halt was. Kannst du auch drinnen tragen, dann kommt das so richtig schön raus. Genau, das ist der Klassikmach. Klassikmach. Der hat auch mit diesem Knallofallrock. Was ist denn heute los? Also Aerobic ist bei mir im Laden auch mit inbekommen, womit ihr das seht. Also wir haben jetzt immer Bewegung im Spiel. Also bei mir bleibt er richtig fit. Ja, oder auch hier mit dem klassischen Rock von 39 auf 20 Euro. Hier der ist super top da drauf. Ja. Bei jedem Top. Von 49 auf 39. Das ist auch sehr hochwertige Ware. Oder von 39 dieser Rock auf 20. Und dann nochmal das Top von Cero. So 10 Euro drauf. Habt ihr für 30 Euro die tolle Zweiteile. Schick. Oder? Ja, hier haben wir auch nochmal den Schäckenrock. Der sieht auch super gut aus. Das ist auch von 49 auf 20. Sieht auch super schön aus. Kann man jetzt zum Beispiel dieses Top-Top tragen. Mit dem Wasserausfall. Wasserfall-Ausschnitt. Wasserfall-Ausschnitt. Was? Egal. Kann passieren. Das ist alles gleich. Von 29 auf 15 kommt das Top. Also jetzt für 35 Euro hättet ihr den Zweiteile. Also das muss man sich nochmal so ein bisschen umhören. Mit dem Wasserschnittfall, genau. Ja, hier die sexy Rose. Die hatte ich eben im Blick, genau die. Die sexy Rose, die gibt es auch noch im XL. Also das heißt, 42, 44 gibt es die noch. Die ist von 39 Euro auf 20 Euro geht hier runter. Und dazu passend von Chanel, dieses Top-Top, geht jetzt auch runter von 49,90 auf 20 Euro. Also. Hat was. Ja, das war jetzt hier jetzt noch ein kleiner Einblick. Das sind noch die, die Sachen da, wie ihr seht. Ja. Einiges hier noch, aber da müsst ihr jetzt vorbeikommen. Genau. Gut, dann haben wir auch Blusen, wie ihr auch hier oben seht. Da habe ich jetzt auch ein bisschen was zusammengestellt für euch. Und dann sage ich mal von 49 auf 29 wird diese Bluse. Mhm. Sieht auch schick aus. Wer ist mir gerne mal was schick und ausgefallen mag. Oh ja, etwas sportlicher. Oh ja. Oh ja, etwas sportlicher. Die Bluse von 29 auf 15. Und die Hose, die kommt 19. Das ist ja geschenkt. Ja. Also wenn man so bedenkt, auch mit 34 Euro, hast du ja zwei Teile. Also das ist wirklich das. Selbe kann man auch mit dieser Bluse hier. Die kommt jetzt auch 15 Euro. Leute, so günstig kommt ihr sonst nicht an Neuware dran. Also das ist alles Markenware, sehr hochwertige Markenware. Alles Neuware, alles Markenware. Ja, klar. Diese Bluse geht runter auf 15 von 29. Und dazu passen die Hose. Die Hose geht jetzt auch runter auf 20 Euro von 59 Euro. Die kann man auch mal so tragen. Die ist cool, die ist richtig cool. Also die könnt ihr tragen bis kurz zwei und plötzlich ist eine enger Starnjacke. Ja, und hier vorne mit diesem Emblee. Ja, auf der Seite nochmal. Also die ist richtig aufwendig gearbeitet. Auch hier oben ist jetzt nochmal ein Satz von Jeans nochmal reingearbeitet. Das geht, das hält auch die Färbung. Also das hält. Das hält die Farbe auf jeden Fall. Also das ist nicht auch mal ein bisschen was anderes. Was ich cool finde, ist, da fällt man richtig auf mit der Jacke. Also positiv wird drin. Ja, mit der Jacke mit der Hose. Weil die ist auch ausgestellt. Ja, mit beiden irgendwie, ne? Ja, mit beiden Jacken. Hier nochmal von der Steiger von 59 auf 39. Die hat jetzt auch ziemlich aufwendig gearbeitet. Ja. Ja, wie ihr seht. Da kann man auch mal hier diese Hose drunter tun. Die ist runterzielt von 59 auf 20. Auch wie den Hammerpreis. Die steigliche Hose. Auf jeden Fall. Ja. Die süße sind die Kinsjacke in gelb. Von 49,90 auf 39. Die geht jetzt nochmal runter. Die geht jetzt runter auf 29. Von 49,90 auf 29. Und dann nochmal die passende Hose. Von 59,90 auf 30. Sieht auch super gut aus. Richtig schön frisch sommerlich. Geschenkt. Der Hosenanzug, der ist ein Leinenanzug. Das ist zum Beispiel die Leinenjacke. Die ist 98,90 Euro auf 49. Drehen wir mal um. Die ist ganz interessant. Habe ich schon geahnt. Und dazu mal passend die Hose von 59,90 auf 39. Geht aber auch noch. Ja cool. Richtig sommerlich. Richtig sommerlich. Ja, so sportlich, sommerlich. Schön. Richtig super schick. Finde ich das. Also da hat man echt. Sie haben den Zucker. Daraufhören. Könnt ihr bald tragen. Da wird nicht die Augen beide sein. Die hat man. Ja. Also absolut. Und wenn du jetzt ein Sportwächer magst. Ist auch mit dieser Zweckjacke sehr gut bedient. Die ist auch reduziert. Von 39 auf 29. Geht aber auch noch mal runter auf 20 Euro. Also von 39 auf 20 Euro. Und diese Hose ist auch jetzt runter von 39 und wieder auch auf 20 runter. Also ein Zweiteiler. Optimal. Ist auch ganz toll gearbeitet. Wenn man so sieht, der Schritt in der Hose. Das sieht eigentlich nicht echt hammermäßig aus. Also zusammen ein. Einfach platzend. Auf jeden Fall was. Ja, und wie man so sieht, sind hier auch noch mehrere Sachen. Auf dem Oberhalb und dem Unterhalb. Also man sieht hier ganz gut bestückt, würde ich sagen. An Sachen. Auch an Jeanshosen. An Sportwächer. Elegante Sachen. Hier ist rundum gemixt. Auch in Größen rundum gemixt. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage einfach mal. Wir sehen uns. Bis dann. Was machst du denn da? Ja, die Leute wissen noch gar nicht, wo du bist. Ach, ja. Du sagst Tschüssi. Und keiner weiß, wo du bist. Ja, um den Namen. Ich glaube, ich schaue 576. Gölln-Holweide. Ja, aber so können sie sich das jederzeit angucken. Und die haben auch deine Telefonnummer. Ja, klar. Dann wissen die auch, dass du einen eigenen YouTube-Sender hast. Das wissen nämlich auch nicht viele. Und du hast sogar ein Facebook unter Ulala 2. Bin ich auch drin. Da gibt es auch mal wieder neue Bilder drinne vom Geschäft. Beziehungsweise auch von meinen Artikeln, von dem Warenprogramm sind neue Bilder immer drinne. Und dann noch deinen eigenen Sender. Kann man immer so schön unterwegs schauen, als ob man mit der Hörkartzone etwa. Man schaut sich die Bilder an, den Preisen alles drin drunter. Dann hat er beschreibt, wie er mit Beschriftung. Also man kann Info, ne? Kann man sagen. Ja, und was hast du denn deinen neuen Sender? Mach mal Werbung hier. Ja, meinen neuen Sender Ulala-Moden, meinst du? Ja. Auf dieser Playlist. Nein, nicht Playlist, neuer Kanal. Neuer Kanal von YouTube. Ja. Ja, Ulala-Moden, der neue Kanal von YouTube. Dann bekommt ihr eine Neuigkeit aus dem Geschäft, was ich an neue Angebote euch rausgebe, wie bei diesem Film jetzt. Oder auch indirekt, auch wenn neue Sachen reinkommen, dann seid immer wieder auf den neuen Stand informiert, was hier passiert. Gut. Ja.